Ich bin's wieder. Willkommen zurück bei meinem kleinen geilen alien ape. Wir sind wegen welchen Kratouren gelandet. Vielleicht drücken auf sch... Aha. Achso. Große Gefahr erwartet jene, die es wagen, den Mudokonsorgen liegen schwer auf dem Magen. Die Brugstätte der Kreaturen zu ertragen, ist Aufgabe jener, die nicht versagen. Nehmt euch in Acht, denn die Alten sagen, nur einer hat die Kraft, es zu ertragen. Das ist ein bisschen wie ein Kindergericht. Spechab... Fuck! Voll auf die Nuss, ey. Fuck! Oh! Fuck! Oh! Tut mir leid, nicht zum Wett zu f... Halt! Stay right there! Halt! Stay right there! Everybody! Hello! No! No can do! Wait! Roman! Everyone! No! 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 He connected isn't it! No! Hey, Trump! Sorry, I don't think so. Hi! No! Stop! Hä? Wie kann ich pfeifen? AUSCH Wo steht denn nichts? Oh! AUSCH 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 NO! NEME MEN GATE! NIE ME GATE! NIE ME GATE! LIEM TÜH AUSCH 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 Ich habe keine Knöpfe mehr. Ich habe keine Ahnung wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung wie ich habe. Sie haben keinen Knöpfe mehr zu machen. BORIS BORIS LISTEN CLOSELY BORIS NICHT BORIS BORIS NICHT BORIS 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 Ich mach dir was heute zu tun! Ich mach dir was heute zu tun! So einfach, wo das ist! Das ist ganz komisch. Chante bis der Slickdicke hört. Jetzt gehöre dir Miiiir! Aha, wie gut der bringt, wenn sie nicht viel. Cool! Jetzt wirds interessant. Achso, jetzt wirds sehr, sehr interessant. Jetzt wirds sehr, sehr interessant. Halt der Fehl gedrückt, wenn du an einem Brunnen vorbeilaufst. Warum? Aha! Okay, das hast du ja nicht vergessen. Schub! Okidok! Ok, wir können jetzt die Roboter kontrollieren. Ja, ich kann hier leben. Selbst angreifen. Und sie töten lassen. Selber umbringen. Nur ein paar Paramitis und Scraps hausen in diesem Land. Durch unsere Hand geheiligt sind sie für sie für uns, die wir wissen, doch das Spiel geht weiter hart und gerissen. Schrikul, Schrikul, Schrikul wird steigen aus dem Jammer ihrer Seelen, dem Sieger zu helfen ohne zu quälen. Ok. Ich weiß auch nicht wirklich was braucht. Schrikul, Schrikul, Schreib, Schreib. Oh Gott. Oh Gott. So, nächster Speicher, na, ich mach jetzt länger, ich mach jetzt bis halb, ja bis halb, das sind 15 Minuten, dann wirst du das gehen, so, ja, okay, ach, fuck, yeah, okay, 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 so, und jetzt, Hebel funktionieren, aha, Hebel funktionieren, ja, das ist, bin ich da immer noch im Tutorial? Uff, Uff, ist es so, okay, ich verlieh das, das ist jetzt nicht möglich, ich kann das nicht wirklichю k kopf, Okay, ja, dann auf horsesencias, mit einem Speedrun ich glaube der hat eine Viertelstunde gebraucht für das ganze Game um das Vogelportal zu verwenden, erst chanten dann hindurchspringen ja, ja, ja ist das gegen die Wand geredet? erstens klang der Glocken hier erwecken zweitens dann mit den Glocken chanten das ist hart ach, das ist eine Karte ok da oben dann da oben dann retour und ganz offen ok 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 hier runter hier runter ouch da gibt ja nichts von mir ah, was ist das? ah, was war das? bitch sch finde den klang der Glocken und sch 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 dann dann Glocken Ja, 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 ja. Arch. Hey Chubbs, awake! Hahaha! 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 I don't know, follow me. What? I don't know, follow me. No! 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 Please! Help, help! Help, help, help! Dude, I have to defend! Oh my God! Good, that doesn't mean anything. Haha, okay. What? I'm coming off. Help! Help, baby! Help, please! You, you, you! Help, baby! Aha! So! That's right! Come on! Come on! Help, baby! Oh, Alter. Du siehst, es kommt jetzt in dir näher. Du siehst da, oder? Oder musst du das finden? Ah, das macht die Vorleine. Okay. Und weiter geht's. So, was willst du jetzt sagen? Chante. Damit. Die. Geh. Dich. Was? Damit. Dich. Die. Vögel. Dich. Heilen? Achso, heilen! Okay. Wartest du ein Checkpoint? Ja. Dann würde ich sagen, für heute ist es genug für heute. Also für diese Aufnahme. Eigentlich sind wir sehr weit gekommen. Muss ich schon sagen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.